Amosuro 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 Waaaaaams Clan Wars, wir sind immer noch da, unglaublich Mhm Oh Handy Ja Handy Ähm, ah Oh Oh Ähm Gerd Das ist ja schon mal richtig beschissen Drei auf einem Fleck, bei Gerd und bei Nick Hahaha Alter Oh Das bringt nichts, das ist ein kleiner Wurm, genau Oh Pfff Grenade Den wollte ich jetzt nicht treffen Go away Nachschub ist eingetroffen Ach Oh Gott Wow Verstanden Meine Rache wird gar fürchterlich Ich bin mal dafür, dass wir mal wieder Armageddon oder so bekommen, das ist ja langweilig hier Haha Ich habe einen Stoß bekommen Wow Genau Ja, eben Wisst ihr was auch richtig langweilig ist? Ah Ich kann hier nichts machen Das stimmt Gar nichts Überhaupt nichts Das stimmt Ja Ja Das ist ja noch ein bisschen Zeit Überlegt noch ein bisschen Ich geh wieder zurück Äh Ups Ups Noch Ja Doch Ähm Wart Da hinten Nein Nicht Wolke Hau ab Verpiss dich Nein Es regnet Interessant Was so ein bisschen Wasser auswirken hat Ja Oh Oh Benni Ja Gut Das ist Klar Hm Was benutzt du jetzt? Hä? Ich dachte eigentlich jetzt Also Du hast einfach eine Mine hingelegt Ja, richtig Ja, richtig Ja, aber dann hätte ich unten zurück zum Fass Und das wäre ja nicht so gut geworden Doch Wow Boah, das verbrennt aber nur mal ordentlich 100 Das war gar nicht so verkehrt Nö Oh, das kann man, das kann man gut gebrauchen Weil ich hätte dann, hätte dann flüchten müssen runter zum Fass Und dann hätte er mir nämlich Megamäßig flott die Retourkutsche so erteilen können mit dem Fass Und das wäre blöd gewesen Ja Ja Hallo Hi Alles gut Ja Guck mal, jetzt haben sie dir geholfen Jetzt kannst du da unten agieren Ja Komisch War auch mein Gedanke So 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 Jetzt, weißt du, jetzt ist Armageddon drin, weil er sich besperrt hat Ja, wobei Ich habe jetzt gerade überlegt Muss ich die wirklich jetzt schon holen, aber ich tue es einfach Ja Wahrscheinlich ist jetzt wirklich Armageddon drin Äh, ups So weit war ich jetzt auch wieder nicht Ähm Eine kurze Runde wird das glaube ich Ne, so kurz wird die nicht Seid ihr mal nicht so sicher Ähm Da oben gab es mal eine Insel Da gab es auch mal Würmer Was ist jetzt alles passiert? Alter was fürbt jetzt alles? Also ich glaube den meisten Gegner Schaden dürfte ich haben Alter, ich habe alles auseinander genommen Alter, da oben warst du mal, gab es mal eine komplette Insel Ja, die ist jetzt futsch Ähm Ja, da geht jetzt noch ein bisschen was hoch Aua Ähm Das wirst du bereuen Was ist das? Ja Okay Ich glaube so fortgeschritten waren wir noch nie nach 5 Minuten Och Gerd Alzer Wie die Karte aussieht Wurde aber auch mal wieder Zeit für Armageddon Ist echt lange her Vor allem, ich sag's auch noch, ne? Ja, es ist so Es war so eine gute Entscheidung sich diese Kiste zu holen Hm Pass auf hier Du hast eigentlich nicht mehr HP´s wie ich Die machen Pall- Nein, Pallee Hahahaha Ja, das ist sehr gut Weil irgendwas ist bei ihm noch derjenige mit den meisten HP´s Ja Das ist sehr, sehr gut Nein Nein, das ist nicht gut Das ist doch Du musst aber auch nur den Kopf in den Sand setzen Willkommen in der Hörte Das könnte, glaube ich, auch eine kurze Folge werden Das könnte, glaube ich, auch eine kurze Folge werden Glaub ich allerdings auch Glaub ich allerdings auch Mhm Io ist nicht sicher Ich bin nicht sicher Du bist ein bisschen längeres Ja, aber Immerhin noch Schaden gemacht Ich habe mich halt mega selber auseinander genommen mit dem Armageddon, aber das war's mir wert Habe ich schon mal erwähnt, dass du mich hier störst und nervst Nein Bleib aber noch ein bisschen Ich bin Der ist sehr strandfest Ich möchte noch ein bisschen bleiben Ich möchte noch ein bisschen bleiben Oho, ja, das hätte ich nicht gemacht Ach doch, jetzt ist Benni Ah, ah, aha, 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 aaaaaaaaah Ah, aaaaaaaaaah Beheheh Ceeeh Bitte kommen, kurzer Morgel Verständen Ich glaube ich werde da nicht mal die Banane mit erleben wenn das tustet wenn ich dich auslöschen sehr nett sehr nett wirklich ist nicht so geflogen wie ich das gern gehabt hätte der schöne 45er nick der 45er von mayo oder der 118 davon geld ich glaube irgendwie habe ich das gefühl dass der jetzt eher darauf ist aus irgendwelche letzten worte stirbst früher oder später lass mich ausreden ich ja tja wo will er hin fallschaden fallschaden ja ist kein problem ist kein problem wenn ihr halt schon ganz lange nicht mehr geworden kommt denn jetzt er wird jetzt um jeden preis zu mir hätte jetzt nicht weggeschmissen wenn er den fallschaden gekriegt hätte ich auch das habe ich vor aber wenn ihr hat jetzt wenn er keine allzu großen missbaut relativ leichtes spiel das ist nicht schlimm auch der dran hätte ja nicht auf mich gehen müssen doch ja ja find das ganz toll dass mir besonders viel aufmerksamkeit schenkst dass hier sogar der sieg egal ist ja reicht nicht nein das reicht doch nicht ich glaube das ist die kürzeste folge worms die wir je hatten wir haben 11 minuten 30 alle hopp und schoss verdient ja 12 minuten also budget wurde gekürzt wir müssen jetzt leider kürzere folgen machen bis zum nächsten mal tschüss alter meister gegner ja sag ich doch den müsste nicht haben 1031 bis zum nächsten mal 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 bis zum nächsten mal